Herzlich willkommen, meine Nerdlinge. Es geht weiter mit The Walking Dead. Wir sind jetzt in dieser Garage hier. Und jetzt können wir uns ja endlich mal darum kümmern, an eine Batterie zu kommen, ne? Natürlich nicht. Okay. Okay. Ich glaube, da muss ich wohl hier vorne ins Büro, oder? Ich bin hier drin. Es ist lockt. Kein Weg in. Beste. Mehr von Crawfurt. Wie kann jemand so leben leben? Ich würde lieber meine Chance auf der anderen Seite nehmen. Molly, dann musst du mir mal deinen... Ich werde sie gut ausführen. Sie wird nicht aufschrauben. Ich habe deine Verwaltung jetzt. Nicht aufschrauben. Ich habe es geschafft. Na, sehr gut. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Nein, Scheiße! Ich versuche, ihn zu halten. Es ist die Batterie. Endlich geht es etwas richtig. Es ist weg. Die negative Terminale sind noch aufgerüstet. Die negative Terminale sind noch aufgerüstet. Ja, dann... Ja, aber du hast noch ein Problem hier. Lass es in hier. Ich werde es tragen. Okay, folge mir. Besser wäre es. Skylark. Skylark. Donnerwetter. Mehr Power als Kenny, die kurze, ja? Okay, so. Now we're on the roof. W illustrate. Was hast du immer rasset? W Arschst du zurück? Warte mal. Warte mal. Und was bist du, Geschmack? Was hast du mich nennen? Nun, dass du es erwähnt hast... Oh, Mann. Gucken wir doch mal gerade nach dem beiden hier. Oh, Serious? Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.